Karotte, Strasi-Bohne. Hast du einen Kleidchen dazu? Strasi-Bohne. Was ist denn da? Ja, das ist so reißig. Ah, das ist so ein bisschen, dass diese Haftzeige. Ah, ja. Wenn du. Wenn du. Okay, du bist ja gar nicht. Ja. Ich finde es so hart, dass man so sagt. Wenn du davon ausgehst, dass du genau das Leidchen hast. Ich finde es so, dass die Pizza zum Beispiel nicht hart ist. Es ist gut und egal, aber es ist halt nicht das Leidchen. Und das kann man halt verleihen. Ja, das ist halt ein... Ja, wenn du halt erwartest, ist es gut. Ja, das ist halt eine Anstellung, dass die Leute dann auch noch die Sachen, die halt Kinder gibt. Ja. Ja, das heißt immer so. Ja, das muss man sagen. Aber... Ja, das ist immer wieder. Hey, ich habe da nicht zwei zu drücken. Ja, ja. Aber, okay. Will ich rein mit mir? Ja. Ich bin, das machst du jetzt noch wieder, wenn jemand das Glück für die Zinn? Ja. War das so ein Knie-Kneiderlein? Ja. Oder? Auch mein Selbstbruder. Dann haben sie ja gesagt, die geht nicht zurückkriegen. Dann bin ich zu Maxi. Keine Ahnung. Ja, also, wenn ich zu Maxi gehe, dann kann man Leute tauschen. Teilseits, wenn man die Vorsitzende ist. Nein. Oh! Oh! Oh nein. Ich will sicher fast mehr dagegen, die zufällig nicht gesucht haben werden. Es tut mir leid, dass ich dich hängen muss. Nein? Ja, das ist nah. Gehst du dich hin? Ich hab mich. Ich hatte nur so einen Namen an meinem Freund. Tickets für RK, wir haben eine neue Freunde. Ich hätte auch gedacht, dann können wir jemanden flashen. Mein alter Mitbewohner, der hier oben steht hat, der ist immer so verhaut. Jan ist? Jan ist? Jan ist im Wrestling-Rest. Er hat etwas ergeben. Er hätte Schiller gemützt. Er hat es eigentlich nur geschätzt. Ich habe es nicht unterschätzt. Doch, weil er nicht so... Er macht so nicht, wie er so... Er hat einfach gelernt, dass er vom Wrestling-Rest. Er wäre dann viel schöner, als er ihn als Wrestling-Rest machen müsste. Die Faust ist ihm alle zu crack. Er macht ihn ab, bei uns. Er wäre auch doof. Er wäre auch doof. Er hat das Schiller-Gemütze graduated. Er ist kein Dober. Ich kenne nicht so viele Schiller-Gemütze-Grad. Er hat es kein Zweifel. Er ist kein Zweifel. Und was fällt der raus? Tatsächlich? Angeblich ein Intelligen. Nein, ich bin schuld. Ich? Nein, ich bin zweifel. Das ist nicht du. Das ist nicht gut, dass ein Eingang nicht mehr so gut ist. Du brauchst damit anzugehen. Ebenso jeder, der sich so Mühe gegeben hat, der war so. Das ist einsam. Lass mich hören. Ich sag ja, das ist egal. Ah! Aber ich hab ja auch keine Mühe gegeben. Ich bin extrem nicht mehr gerne. Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Meine Hard-Body-Soul-Freihenge in der Schule ist komplett hart. I am mine, genau. Das ist nur... Sie. Bei mir ist es auch ganz gut geworden, einfach weil... Warte mal, es kann gut sein. Aber weil... Wir hatten halt so ein Englisch-Muttersprater-Ding. Und da war halt so Glück, dass das halt quasi nur einsam geben kann. Bis zum letzten Mittag dann eine Achtung zu bekommen, weil du wüsstest, wie man geniegt. Ja. Ja. Aber andererseits ist es auch so, die Schule jetzt im Nachhinein... Ich hab ja auch in NRW auch erfahren. Und da ist es eigentlich leicht. Und... Du kannst einfach ein bisschen lernen und dann schaffst du ein bisschen lernen. Das kann mir keiner erzählen, dass es ja viel gerecht ist oder so. Was die Schule jetzt einfach... Ich glaube, es ist ein bisschen größer, die haben immer noch Probleme. Die haben immer noch Probleme. Klar, aber das liegt daran, dass du mal ein Struggle hast mit diesem System des Lernes. Ja. Das ist nicht das, was du nicht analysieren könntest. Sondern sich das dann, was in der Schule nicht verlangt. Das ist ein bisschen... Das ist so... Das funktioniert aber auch nicht. Das ist in der Schule nicht das, was dich reinbringt. Logisches Denken, ich weiß nicht, oder... Oder überhaupt Lärm... Warum das eigentlich nicht? Es hat keine Lage sein, die Kunden zu tigern und zu sagen, Hallo, ich hab eine Krasur, weil ich hab eine Leihversuche. Du musst das doch alles ein bisschen mehr haben. Das ist eigentlich ein großes Orga-Test. Ja, ja. Und das ist ja auch genau auf dem Job, wie ich das mache. Genau. Das ist leider das, was du können musst. Niemand braucht dich, wenn du einfach nur seine Krasur gestalten kannst. Und aber halt sehr gut zuverlässig ist. Die logischen Denker sind bei dir auf Arbeit, die haben so eine CTR-Ausbildung gemacht, und das gehen wir jedem auf den Blei. Genau. Im Bauling. Wow, und das ist sehr schön, dass du verstehst, wie man das macht, aber das ist wieder scheißegal. Klar, dann schau. Ich geh hier hin vorbei. Die Leute, die so Erika sind, die so cool sind, die so cool sind, die sind so, okay, das ist ja schon ein Blick, aber... Und wir stellen lieber jemanden ein, der drei Tage im Jahr wieder krank ist. Halt es gleich bis auf. Ich weiß nicht, wie es steht. Jetzt kommt... 2x2? 2x2? 2x2! Wo? Schauen, schauen, schauen! Rest ist auf dem Tisch. Oh mein Gott! Oh! Jetzt kommt... Ja. Er spricht erst einen Kommentar. Oh! Ja, voll! Jan ist Jan mein Körper, aber er ist kein Hardware. Max ist ein großer Bodyplayer und der chillt und der ist so, okay, wir starten ja, heute den Jünger von Zollern, der ist so sehr gut, das ist sehr gut, ich habe gerne uns ein Kassel und ich zum Beispiel schwinge, ich habe das eigentlich in der Richtung, das ist mehr gerne Projektil. Ja, war das einfach ein Hardplayer? Genau, und Minecraft ist auch ein bisschen meint dabei, vielleicht ist es doch eh. Ja, ich würde sagen, es wird so ein bisschen, wer so, haha, Hardplayer sind so gut oder so, und ich sage, sorry, aber so, ich denke ja auch, ich spüre halt nur irgendwie... Aus deinem Herzen, ich spüre doch, ich spüre doch diese Attacke. Gibt es auch eine, wir ändern uns auch? Ja, gern wäre super. Ich habe auch... Ich habe auch... Ich habe auch gedacht, Dennis auch, oder? Ich würde auch sagen, Dennis ist 100% hart, meiner Meinung nach, aber die haben natürlich... Nee, 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 das ist mir gezeigt, dass ich dich gesehen hab und meinen sagten, ja, ja, erst Body oder Mind. Ich glaube, das ist legitim, dass dieser mit den Harry Potter hauts, die da alle sagen, nee, ich bin Gryffindor, weil sie cool sein wollen. Das ist wirklich auch so. Ja, aber wie bist du das? Dennis' Fuß ist ja größerhaft. Du musst zum Beispiel. Aber das ist auch tatsächlich was anderes. Dennis ist deshalb manchmal meins, weil Dennis, der redet sogar darüber, nach was er so gegrindet hat. Der übt so Kompos zu machen und dann will er die anwenden. Das hat zum Beispiel... Aber zu wiefern... Das kann er doch nicht so gut, wenn er einfach mal... Das ist ja klar. Aber zum Beispiel JoJo, da fragt man sich nicht, ob das vielleicht hier anfällt. Das ist... Das ist voll, oder? Das ist voll, oder? Das ist voll, oder? Und Mindy. Ich würde sagen, Mindy ist wohl... Für mich ist Bobby Westerstrich... Mindy ist, dass ich merke, in welchen Studierenden die einen da sind. Ich hätte vielleicht Mindy gesagt, wäre jemand, der sich so sehr hart Heavens einstürzend entgegnen würde. Nee, Heavens sind nicht einfach hart. Jemand, der so nur Heavens sucht... Aber... Jeder kann ja auch... JoJo... JoJo... Was man da denken kann, das wäre ein bisschen schlechter hier. Aber er ist nicht schlechter. Das ist wirklich gut. Das hat jetzt das Ding so... Auch als... Das stimmt. Das stimmt. Ich habe jetzt aber die Art, wie du dich kennst. Das ist ganz klar. Ich kann doch... Ich kann doch... Bobby... Bobby ist einer, der sagt... Der sagt so... Ah, yeah. Das ist das Ding. Let's go, ja. Erstmal clippen. Ja... Das ist so... Das ist so...